Nochmal umgebracht. Yeah. Jetzt will ich es schaffen. Erstmal Waffe 2. Gib Gas. Black Waffe. Jetzt F. Das Geile ist, man wird auch nicht mehr gezogen von den Teilen auf den Boden. Ich will jetzt schnell lang. So, geschafft. Nein. Okay, nochmal 2. Fuck. Ich bringe mich nochmal um. So, wieder umgebracht. Das nervt mich jetzt. Ja. Ja, ganz einfach hier. Ganz schnell durch, jetzt. Fuck. Na. Fuck. Ich mach den ersten Seil einfach. Fuck. Ich hab ein Save-Seil gemacht. Ja. Ja, ich gebe es jetzt zu. Ich hab Save-Seil gemacht. Jetzt mach ich hier einen. Gib Gas. Fuck. Ich mache keine Save-Seil. Ich mach es nur schneller. Okay. No. Wir können doch, ich könnte auch jetzt sagen, dass ich das alles rausschneide und mich immer wieder umbringen lasse. Aber nein, so bin ich nicht. Das ist nicht mein wahres Ich. Oh, spring doch, Megaman. Fuck. Gib Gas. Fuck. Da. Spring doch. Oh. Hüpf, 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 ahm, Megaman. Doch, genau. Genau. Metal Man war, alter. Metal Man, warum hast du die schwerste Sage? Das nervt mich. Diese Stelle kann man echt eigentlich schaffen. Das trifft mich und jetzt springt. Oh, Megaman. Megaman, was willst du? Was? Fuck. Was willst du? Megaman. Spring, Megaman. Genau. So. Hüpf, ahm. Was soll das? Warum ist das so schwer? Fall vorbei. Fuck. Okay, okay, okay. Die erste Stelle geschafft. Fuck. Fuck. Oh. Das sieht dir ja schon beinahe aus wie ein TRS hier. Irgendwie. Fuck. Fuck. Außer, dass ich immer abkacke. Fuck. Oh mein Gott. Warum stürzt du ab, Megaman? Du kack. Emo. So, genau. Mega, Megaman. Mega Arsch. Heinz, Ketchup. Darum springst du nicht. Ich drücke garantiert meine Taste. Wie heißt die? Wie heißt die? Zwei. Und ich stürze... Warum stürze ich ab, wenn ich auf meine Tasten gucke? Das ist unakzeptabel. Verdammte Scheiße. Spring. Geh doch. Rüber. Danke. So, jetzt benutze ich Flash. Scheißen auf die ganze Teile. Ja, warum leckst du denn in die Luft? Verdammte Scheiße. Ja. Du... Mann. Sprungtaste. Sprungtaste. Was willst du? Was hast du gegen mich? Dein Plan, den du gegen mich hast. Geht auf. Zu meinen Ungunsten. Oder wie man das nennt. Zu deinen Gunsten genau. Äh, Ungunsten. Ungunste. So, Flash. Time for Flashback. Rüber, rüber. Schneller. Bevor sich die Teile wieder bewegen. Weil da bin ich ange... Oh mein Gott. Das hätte ich echt nicht gedacht. Oh, 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 sweet. Gleich nochmal einsetzen und gleich verkacken, wenn die Teile wieder angehen. oh mein gott ich kürze mir den ganzen scheiß war das eine kleine energie liegt hier liegt die großzügig das ist das wollen wir mich verarschen hier ist ein wir wollen nicht verarschen oder da sind energietanks und da kommst du nicht ran und hier flickert alles wie verrückt das ist sehr gut in dieser stage ich wusste dass da fällt auch was ich habe jetzt noch kein mittelziel ok 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 weil schneller das gegen mich zwei leben weil ich nein ich habe geladen egal 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 oh mein gott jetzt war ich genau noch mal wieder neben das war erpfeuer einen moment pause ok ich bin zurück wo waren wir stehen geblieben bestimmt falle ich jetzt gleich runter die wir ok ich drücke mutig start ok 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 wo bin ich denn jetzt eigentlich ich weiß glaube ich wo ich bin ich muss euch erst mal töten genau so muss ich töten genau hier habe ich fläche mal benutzt immer ja immer ist schon so lange her eine zeit hier wisst ihr noch früher wo ich gestorben bin an dieser stelle hier bin ich nämlich gar nicht gestorben genau einer wollte mir jetzt energie geben von euch große energie so kann es zum beispiel aussehen energie hier oben jetzt gehe ich nach unten aha toller sinn hier schnell raus hier ganz einfach so nein die energie ich will daran so ein vor Ort was ist die wollen nicht verarschen ab die der hier die 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 vor oder so jede war nicht nicht nur war hast mich auch nicht nur oder mich verarscht 999 regler ist jetzt ganz einfach hier treffer kriegen und warten genau herunter danke party ab scheiß party aber nämlich halt das bisschen was ich habe und lasse es aus genau ach ja die konnte man zerstören ganz vergessen dann zerstöre ich dich erstmal ich zerstöre dich